So hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch das Jensi LED Tip Light vorstellen, erhältlich in der Farbe grün sowie in der Farbe rot. Das Besondere zu diesem Licht, es verfügt über einen Clip-Mechanismus mit einem Schaumstoffeinsatz, wie ihr hier sehen könnt und ist einfach der Vorteil, es kann an ganz dünne Fiderruten montiert werden, sowie an Allround-Ruten, sprich an stärkere Allround-Ruten mit dem Rudendurchmesser bis 2,6 mm. Zur Funktion selbst, einfach aufschrauben, eine Star-Batterie, eine CR425 oder eine CR435 montieren, wie ihr sehen könnt, leuchtet schon ultrahell, wieder aufschrauben, an der Rudenspitze montieren, einklipsen, Clip zumachen und fertig. Das Produkt ist ziemlich schlank gehalten, mit dem speziellen Clip, was einfach auch dafür sorgt, dass durch die Schnurführung sich die Schnur hier beim Werfen nicht verheddern kann oder eben drin. In diesem Sinne, das neue LED Tip Light ist erhältlich ab sofort bei eurem Teckel-Dealer Petri Heil. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017